Enz im Bezirk Linzland, angeblich die älteste Stadt Österreichs. Vor mehr als 800 Jahren erhält Enz nicht nur das Stadtrecht. Im Jahr 1186 wurde hier die Georgenberger Handfeste geschlossen. Die Georgenberger Handfeste ist eigentlich heutzutage als erster Staatsvertrag Österreichs bekannt. Denn es wurden die beiden Herzogtümer Steiermark, regiert von den Ottokaren, und Österreich, regiert von den Badenbergern, zusammengeschlossen. Und das am sogenannten Georgenberg beim Schloss Enzeck. Grund für den Zusammenschluss ist die fehlende Erbfolge des steirischen Herzogs. Ihr seht doch, ich bin krank. Und meine Tage sind gezählt. Der Herzog der Steiermark, Ottokar IV., war lebrakrank, hatte keine Kinder, hatte aber auf der anderen Seite ein Herzogtum. Und der hatte jetzt Angst, wenn er eben kinderlos verstirbt, dass ein Erbfolgestreit sofort beginnen wird. Das Herzogtum Steiermark reichte damals bis nach Slowenien, Niederösterreich und Oberösterreich. Erbfolger hier ist Leopold V., der Herzog von Österreich. Für das neue Enzmuseum wird diese Geschichte jetzt verfilmt. Im neuen Enzmuseum wird es um die Zeit gehen, ab dem 13. Jahrhundert. Die atemberaubende Geschichte dieser Stadt am Zusammenfluss von Enz und Donau hat ja auch in den 800 Jahren danach noch sehr, sehr viel zu bieten. Und eines der Impulsereignisse war die Georgenberger Handfeste. Die Dreharbeiten laufen bereits und das direkt am Ort des Geschehens, am Georgenberg in Enz. Beim Ottokar habe ich leberkrank geschminkt. Damals war es halt da so. Man hat immer ein wenig kränklicher gewirkt, mal von vorhinein. Und deswegen, und auch mit schütterem Haar. Maskenzeit ist natürlich eigentlich ganz gut, weil du dann den Text nochmal einfach durchgehen kannst und gucken, wie spreche ich ihn oder in welche Richtung soll es gehen. Und dann geht man zum Set, was ja hier sehr schön aufgebaut ist und hofft, dass alles gut wird. Das neue Museum zur Enzer Stadtgeschichte eröffnet im April 2023 im Schloss Enz Eck.